Ja, und mit dieser wunderschönen, hundertprozentig, contentfreien Musik und dem Gjaule meiner Frau im Hintergrund Willkommen zu einer neuen Runde Fortnite zusammen mit Istra, hallo Hallo Ich weiß jetzt nicht, was ich für schäbener finden sollte, die Musik oder die Hintergrundgeräusche Äh, wo gehen wir hin, Bruder, wo wollen wir hin? Ja, äh Passend mit meinem Outfit ins Schneegebiet, ne? Ja, alles klar, wollen wir hier hinten wieder hin? Ja Weil da kriegen wir eigentlich immer geile Sachen ab Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es funktioniert, ne? Ja, das macht überhaupt nichts, ich auch nicht, ist ein Blendflug rein Ich hab die meiste Zeit jetzt Strategiespiele gezockt, also da passt das hier überhaupt nicht rein Indem so eine Leertaste und Abflug Kann ja eigentlich nur schief gehen Ja, schlimmer geht immer Jo, no, no, safe Geil Einfach wieder typisch Es gibt neuen Skin Bam, gekauft Aber ey Der Eisdrache sieht echt geil aus Ich will den auch haben Wo ist er denn? Oh, lol Hat was Kriegen wir aber Besuch hier hinten? Nö Doch Doch Echt? Ja, hier unten bei mir Oh Hinlegen Tschüss Kartoffel Ich hab ihn niedergestreckt Oh, die Tannenbäumchen Hier ist noch einer Irgendwo Über uns Der ist über uns irgendwo Ja, hier oben Voll Wolltest du mir damit jetzt irgendwas sagen? Musst du irgendwas kompensieren oder so? Oh, 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 oh Kompensieren Ich sage nein Nein zu drohen Lol Oh, er muss sich mal ticken lauter stellen hier So Was ist denn das? Ein Wächterschild? Oh, das ist neu Ich finde noch ein neues Spielzeug Wo bist du überhaupt? Ja. Wo hinten. Neu Spielzeug. Muss ich gleich mal ausprobieren. Was ist das? Oh. Hä? Was? Oh, lol. Oh. Oh, das ist interessant. Und vermutlich... Oh ja, das ist geil. Ich liebe es. Aber einmaliger Verbrauch, wa? Ach ne, ich kann es wieder aufsammeln. Oh, interessant. Okay. Oh, naja. Gut, durch Sprinten wird die Stromflinte wieder aufgerüstet. Nehme ich mit. Oh, ich drücke immer Alt. Zum Hinhocken. Zu viel Kolo... Äh, zu viel Battlefield. Da kann ich leider dich mitreden. Im Übrigen habe ich nichts gegen dieses Spiel. Ich weiß. So wie du das immer sagst. So andere mögen es, andere nicht. Bla, 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 bla. Ich habe gesagt, der eine mag es, der andere nicht. Es geht mir ja nicht ums Mögen. Kiste! Mir geht es nur um Origin. Ich weiß. Origin ist mein Fein. Ist doch ganz entspannt. Der eine mag es, der andere nicht. Oh, schön. Kleiner Scheiße. Ich weiß, mein Bester, ich weiß. Warum bist du so gemein? Es soll halt nicht zu langweilig werden. Ach so. Ja. Apropos kompensieren. Warum kompensieren wir uns nicht mal irgendwie woanders hin, wo es noch ein paar mehr Sachen zu holen gibt? Irgendwie. Geh mir das hier ein bisschen lang. Uh. Oh, lol. Wo ist die Kiste? Ich habe sie gehört. Schön. So, jetzt habe ich das Schild. Nice. Also hier oben ist sie nicht. Kiste. Kiste? Was haben wir denn? Och, gucke mal. Das ist doch das richtige Spielzeug für mich. Hey, cool. Gehen wir Partner los. Hast du mir gerade die Raketen geklaut? Was? Nein. Ich habe eine verdammte Rakete drin. Ja, wir finden schon noch welche. Alles gut. Kann man die irgendwie aufteilen? Wenn ja, habe ich noch nicht rausge... Uh. Ja, kann man. X drücken. Ah. Ja, geil. Dann, äh... Wow, hier, ähm... Oder willst du diesmal keinen Bogen haben? Ich verstehe die Frage nicht. Willst du einen Uzi? Na. Naja, komm dann. Tun wir das, was wir am besten können. Laufen? In der Lobby warten. Naja, gut. Au. Oh, hab ich dich weggekickt? Sorry. War keine Absicht. Nur minimal. Na gut, dann. Oh nein. Wir werden sterben. Wenn wir hier mal hochkommen. Klar. Wo war der Boost? Wo gab es den Nitro? Was schürft nicht immer Boost? Ja, als ob wir... Ja, genau. Komm, lass mal zu Fuß weiter. Der stinkt. Hey, kann man sich ja gar nicht hochziehen. Sag mir bitte, dass du das warst. Nein. Ich hör doch was. Die Gegner, sie sehen gleich Sterne. Was sind sie dann? Munition wäre ganz toll. Ja, das denke ich mir auch. Kann mir irgendwie was Neues raus? Ähm... Ich hab das jetzt nichts mitgekriegt. Aber mu... Muss ja. Warum ist das Schwein rot markiert? Hast du es markiert? Nein. Ich bin verwirrt. Ich auch. Der Typ hinter mir macht mir Sorgen. Da hinten sind wir. Der kommt in unsere Richtung. Jo. Oh, shit, 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 über uns. Über uns? Lol. Wie dreist ist er denn? Komm, man hat da nur hässlichen Ballon da weg. Tschüss. Hier ist er. Ich muss nachladen, ich bin down. Na, toll. Lul. Ja, wie mich. Mich hat er. Hä? Wo war er denn? Aber der zweite rennt dahinter auch noch. Ähm. Blut überfordert, man. Ja. Oh, 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 oh. Was hab ich denn gemacht? Achso, lol. Trotsche. Hast du wenigstens meine Marke aufgesammelt? Äh. Bin ich... Weiß ich nicht. Bin ich early. Weiß ich nicht. Alter, ich kann einfach nicht schießen, ey. Okay, ich kann doch schießen. Nein, ich kann doch nicht schießen. Oh, ein Headshot. Der andere ist links. Ich kann die leider nicht markieren, aber links war groß die Stein. Ja, ich seh ihn. Wart mal nach. Bitte. Oh, das sind mehrere. Au. Das sind zwei Sports gewesen. Habe ich gemerkt. Wie auf einmal eine Banane angerutscht kam. Naja. Ah, direkt zurück und fortfahren, ne? Okay, wir haben Runde. Äh, aufhören Runde war das doch hier, ne? Haben wir das gesagt. Das war die warme Runde. Alles entspannt. Ja, ein Kumpel hat mir übrigens gezeigt, dass ich meine Maus-Sensibilität an meiner Maus einstellen kann. Oh, Leute. Das wusste ich vorher nicht. Ich wusste nicht, dass der hier noch so ein kleines Rädchen hat. Finde ich lustig. Ey, weißt du, da benutzt du die Maus fünf Jahre ungefähr. Und kennst du gar nicht richtig. Ja, und das kenn ich von meiner Frau. Ich überrufe mich, dass der noch beschissener schießt als ich. Okay, damit nicht. Hm. Äh. Interessant. Belastend. Oh, Digga. Das kann ich mir nicht geben, bei aller Liebe. Was denn? Maja hi, Maja hu, Maja ho 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 ho. Oh ja. Wo denn? Wo denn? Wo ist das? Ich will's hören. Geil. Ja, wo wollen wir überhaupt rauskommen? Äh. Willst du Action? Ich hab mir gerade. Uh. Geil. Wie machen die das wohl? Die spielen doch bestimmt eigene Sounds ab, oder? Nein. Oh Gott, du hast echt keine Freunde. Du spielst mit dem Roboter. Ja. Komm, wollen wir gleich Action haben? Ja, komm, Rinder. Tschüss. Ich muss meine Maus-Sensibilität wieder irgendwie einstellen. Ich ist einfach viel zu schnell. Ich muss das machen, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Hm. Sonst funktioniert das nicht. Uh, guck mal, was hier alles runterkommt. Hui. Versuchen, das auszukommen. Ganz viel. Hm, lecker. Wieso sind die alle schneller unten, wie wir? Ja, sind sie doch gar nicht. Oh, ich hab einen Bogen. Sind sie doch gar nicht. Moin. Moin. Snipesel. Die sind doch eigentlich gar nicht viel schneller unten. Also nicht wirklich. Aber wir sollten die gar nicht erst lange looten lassen. Ja, das denke ich mir auch. So zivilgeblich die, die gearscht. Level up. Okay, bei mir auch. Ja, hier bei mir. What? Ich bin verwirrt. Einer ist raus. Oh. Ich bin echt verwirrt. Boah, ich schieße nicht nur noch, weil ich sehe euch nicht. Hüte recht vor uns. Oh. Ich glaube, das sind Bots. Oh, das ne. Uh, Aua. Lade doch die scheiß Schrotflinte nach. Äh, hinter dir. Oh, shit, Bruder. Laut. Ich will auf den Gegner drauf dreschen. Da lädt ja die kack Schrotflinte erst nach. Ja, warum auch nicht? War direkt nicht so runde nächstes Glück, ne? Ey, da spielt man einmal was anderes. Ist direkt voll raus, Bruder. Ist direkt voll raus. Kommst abzu, nicht mehr klar. Ist so, ist so. Direkt voll. Volles Programm raus, da. Was ist da los? Er lässt den Bogen liegen. Was bist du denn für einer? Der Bogen ist halt Schmutz. Ich komme mit dem Bogen auch nicht klar. Du, ich falle um kein Klopapier, ey. Du, ich falle um kein Klopapier. Was? Oh, Loi. Was ist das? Was? Ja, ey. Lässt er den Bogen liegen? Ja, nochmal das Ganze, oder was? War so lustig. No, das ist noch Fun, oder wie war das? Ist so. Die backen alle hier mit ihrem eigenen Sound. Kannst mir noch nie erzählen. Hm? Ja, hi. Ups. Ey. Wink, wink. Die wird uns hundertprozentig töten. Ah, komm zu mir, Mäuschen. Der hat auf jeden Fall Bock, ne? Der hat auf jeden Fall Bock. Das ist genau der Charakter, der uns jetzt töten wird. Nein, wird er nicht. Doch. Exakt der. Na ja, dann steig ich lieber aus. Tschüss. Bin schon lange draus. Gibt's vielleicht irgendeinen Trick, wie man schnell runterkommt? Ja, Schnauze noch unten und fliegen, ne? Ja, hier kommt natürlich wieder alles runter. Selbe Spiel wie eben. Toll. Oh mein Gott. Ich würde sagen, schlimmer. Oh mein Gott. Oh, oh. Okay. Wird ja lustig. Nicht. Wer ist das? Oh nein. Oh nein. Sie ist... Ne, sie ist es nicht. Komm, ich nehme mich mit. Bring sie weg. Schnell. Weit, weit weg. Ich gebe dir Deckung. Was? Ach, sie ist einfach weg. Weit, weit weg. Ich gebe dir Deckung, sag ich. Nein, warum? Weil, was ist das für fun? Hast du wenigstens das Wasser geschmissen? Nein. Hier steht sie noch. Oh. Gib her den Luchs. Warum sollte ich... Warum sollte ich... Dein Ernst? Klar. Hallo. Oh, wie müde. Oh, scheiße. Hallo, die... Jetzt kommt sie auf der anderen Seite wieder raus. Naja. Die wollen die mich wegmachen. Jetzt ist sie weg. Hm. Naja. Wir haben sie nicht getötet. Ja, ich habe schon das zweite Team jetzt erwischt. Würdest du damit sagen, du bist einfach viel zu gut? Ich würde damit sagen, wenn ich sehe und es läuft, schieße ich drauf. Okay. Das ist mir zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Ne, mir auch nicht. Deswegen wollen wir jetzt eine Action. Ernsthaft? Ja. Oh, hier ist einer. Zwei. Oh, ich bin down. Oh, ich habe den anderen nicht... Das gibt es doch nicht. Ich bin an der Scheißkante von der Mauer hängen geblieben. Ich habe extra noch eine Granate geworfen. Kann man irgendwie drehen, die Kamera? Ne, ne? Ne. Gott, wie traurig war das denn? Ja, was soll ich sagen? Wenigstens ein paar mitgenommen, ne? Und einen ins Wasser geschmissen. Ich habe um meine Ecke geguckt und da habe ich eine Schrotflente schon ans Gesicht gekriegt. Ich würde sagen, die haben dir voll ins Gesicht gegeben. Oh, da was machen die? Fühlte mich gerade auer. Ich würde sagen, weil das so geil war nochmal von vorne. Wir spielen diese Scheißkarte jetzt so lange, bis wir sie gewonnen haben. Es gibt nur die eine Karte. Wir spielen diese Map jetzt so lange, bis wir sie nicht mehr gewonnen haben. Was? Was? Okay. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber... ...könnte ich vielleicht dann einfach mal... ...ne andere Waffe finden. Schick. Ey, so einige Skins sehen echt gut aus. Der da. Klatsch, der da. Moin. Nee, er hier. Er hier. Ist auch geil. Der ist gut, dass du das skinn. Ja, er hier. Also, der da. Ach, das ist von... ...von... Ja, genau. Hallol! Ja! Genau davon. Aber mir fällt es auch gerade nicht ein. Mein Gott. Da, wo der Waschbär mitspielt. Moment. Es ist kein Waschbär. Oder ist es doch ein Waschbär? Ist es ein Waschbär? Nein! Es ist ein Wiesel! Ja, der ist auf der Galaxy. Ja, genau! Und Abflug. Genau. Ja, selbe Spiel wie eben, wie derselbe Haus, ne? Ist eine gute Ausgangsposition für uns. Das überleben wir zumindest. Vielleicht sollten wir nicht immer im selben Haus sein. Dann fällt dir jetzt ein. Ja! Nicht? Flieg mal dahin. Ja! Perfekt. Dann komm ich mit dir mit. Äh, warum? Weil direkt neben mir hier gerade einer runterkommt. Und die Knarre hat! Mach ihn weg! Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Der hat eine Waffe und ich nicht. Lauf doch! Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier reingekommen bin. Oh, scheiße! Hilfe! Bist du denn? Er jagt mich! Au, er jagt mich wirklich! Hä? Wo, wo? Das Haus fackelt! Wo bist du denn? Ich kann nicht spotten. Ich weiß nicht, wie das geht. Eine Kuh geht das nicht. Mittlere Maustaste. Oh, scheiße! Das Haus brennt. Hier ist sogar noch eine Waffe. Ich bin schon rausgerannt. Ich hatte Angst. Oh, das funktioniert echt gut. Moin! Moin! Ja, also wenn er drin ist, verbrennt er gerade. Ach, hier ist er. Er ist down. Oh, da ist noch einer. Cool. Das ist noch ein Pech, aber auch. Ich hatte den nur gerade hinter dir hecht gesehen. Ich denke... Du hast meinen Maid angegriffen. Wo ist eine andere? Weiß ich nicht. Ich kann hier rein, oder? Hier. Oh. Tod. Würde ich sagen. Gerne kann, Bobmer. So, darf ich jetzt in Ruhe die Kiste, die sich hier unterm Dach versteckt, holen? Nein. Danke. Oh, ein Bogen. Mensch. Du hältst ein Militär-Stumm-Gewehr und eine selten... Ja, ja, damit. Da muss ich nicht lange für überlegen. Wenn du zu mir kommst, hab ich sogar... Das Haus ist abgefackelt. Moni, Moni. Ich hätte noch ein bisschen Saufzeug für uns, hier. Oh, oh. Oh, oh. Fett. Oh, je. Oh, wo sind die Rannen? Ich bin echt scheiße. Oh, hier oben drauf. Oh, danke. Ja, ich konnte nicht pingen. Ach, du bist auch schon raus, oder? Oben auf dem Turm, das wollte ich sagen. Ach so. Ja, gut, dass du das weinst. Hey, weißt du was? Na? Ich versuch jetzt mal was. Pass auf. Ich will auch Aim-Bot. Warte. Er schnappt sich den Controller. Oh, warte. Wo ist das Loch? Oh. 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 Suche nächstes Match. Bitte warten Sie. Also geht doch. Ich will jetzt mal was gucken. Einstellungen. Sag mal was. Eins, zwei, drei Kartoffelbrei. Okay, das geht nicht. Sobald ich den Controller... Ich denke, höre ich dich nur noch rüber in den Controller. Belastend. Ja. Das ist ja dumm. Ja, das ist ja schon mal profihaft. So, wollen wir da nochmal hin? Okay. Wir nennen diese Folge später einfach... Fortnite. The Anvil Square of the Death. Echt? Ja, Anvil Square des Todes. Hup, hup. Didum, dididum, dididum, dumm. Die zwei Prosti aufräumen. In Klammern nicht. Ja, dann würde ich sagen, tschüss. Oh, Mann. Ach, das ist schon wieder hier. Oh mein Gott. Komm, diesmal kommen wir hier raus. Also wir machen das Ding echt so lange, bis wir da überleben, ja. Okay, ja. Okay. Ich hab's befürchtet. Direkt bei dir landet gleich einer. Belastend. Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht rein. Sprich und drücken. Nee, kam ich nicht. Echt? Wo denn? Wo landet denn hier einer? Also ich höre sie hier, aber ich seh sie nicht. Ja, bei mir. Bei dir oben? Nee, bei mir hier. Aber der Dude, äh, ja, hat definitiv mit Controller gezockt. Der hatte nämlich so gar keinen Bock. Der auch nicht. Die hier draußen gammeln auch noch irgendwo welche. Die sind in den anderen Spinner nicht. Da. 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 Da ist noch irgendwo einer. Keine Munition mehr. Du? Ja, ja, ich hab noch. Cool. Der andere müsste im Haus sein. Oh, nee, draußen. Ab ihn. Okay. Autsch. Das klang nach nächster Nähe. Das klang nicht ganz so geil. Ja, nee, definitiv nicht. Oh, hier ist noch einer. Oh, scheiße. Ich wollte gerade meinen. Ich komme. Eine Güte. Immer diese leeren Waffen hier. Die sterben. Lump. Wo war ich stehen geblieben? Ja, schlürf, 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 schlürf. Irgendwann die auch machen. Einfach stehen bleiben. Auch nicht so geil. Ich brauche unbedingt Munition. Ich habe null. Null, 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 null. Vielleicht nicht so ganz geil. Nee. Gibt es Schlimmeres? Pistolenmunition. Ja, geil. Oh. Toller Raum. Wow. Sie hätten so einen geilen Raum gesehen. Ich höre schon diese tiefengründige Begeisterung von dir. Ich bin auch voll auf deiner Seite. Hier werde ich die blaue Waffe mal liegen lassen. Oh nein, warum denn sowas? Ich kann da nachgucken, wenn er keine Kiste hört. Hast du das? Ja. Mich stört der Raum. Oh, fuck, lege ich ihn einfach ab. Hey. Munition würde ich feiern. Ich arbeite gerade daran, dass wir zumindest hier schon mal ein bisschen... ...leckerchen kriegen. Ach, du machst das Ding da gerade. Ja, klar. Du wolltest doch Munition, hast du gesagt. Ja, ich bin doch schon am Sammeln. Nee, 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 Miste. Schau an, da ist ne Kiste. Yeah. Ich hab mehrere in der Kiste. Bei dir wird denn hier schönes. Ah, sehr schön. Die Scar, die nehm ich. Oh, sogar zweimal. Blau? Ja. Geil. Da komm ich doch glatt mal runter. Moin. 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 Oh, die Kiste, aber ich seh nix. Oh. Longsga. Cool. Nimm da. Uh, da ist eine große Kiste. Ähm, warst du das über mir? Ja. Ja, die kleine Kiste ran hier. Mhm. War hier was? Nö. Ah, okay. Ach, Bögen kriegen Pfeile. Danke. Tja, also. Hm. Sind wir eigentlich nicht noch drin? Jo. Ausch. Ja, wir sind noch in der Safe Zone, also ganz entspannt. Hä. Mit. Munition. Kann man nie genug haben, also Munition ist doch... Oh ja, hier, Strohflinter. Geil. Best off. Ja, ich hab mich gerade irgendwie in die Einzelschrot verliebt. Das auch nicht. Warum nicht? High Damage. Ich hab sie doch gehört, da war eine Kiste. Oh. Oh. Hier hätte man durchlaufen können. Ups. Ups. Gab's was Schönes? Nicht? Ja. Nur das hüppliche Tennis. Hier ist Wasser. Über und. Oder auch nicht. Hä? Hat sich so angehört? Oh. Einfach die Treppe. Komisch. Treppe. Treppe wird überbewertet. Bah. Als ob hier einfach mal ein Schildrank liegt. Ja, das hab ich gerade eben auch gesehen. Das ist okay. Ah, hier. Ja, toll. Aber jetzt brauch ich die MP nicht mehr. Hä? Äh, Moped. Moped. Hast du sie? Auf jeden Fall ist das Auto down. Die sind bei uns. Hier rein. Ach, da hin. Hier gegenüber. Au. Links von uns. Uh. Jung, jawohl. Halt, hab ich mich erschrocken. Ja, wie gut, dass ich meine Sachen aufgerüstet habe. Findest du nicht auch? Das ist richtig gemacht. Oh, das waren auch noch die Most Dingens. Die was? Oh, danke. Bitte. Oh, cool. Verbesserung. Mensch, wäre doch nicht nötig gewesen. Hä, was ist das denn? Eine Krone. Hey, danke. Wäre doch nicht nötig gewesen. Hat er direkt eine Krone gekriegt? Aber er ist sehr fest vorhin. So, jetzt bei euch noch ein bisschen Schild. So. Jetzt bei euch nur noch ein bisschen Schild und dann jetzt fertig. Au. Da unten das Schild. Oh ja, Schild. Stimmt. Warte mal, irgendwo auf dem Dach war doch Schild, oder? Ups. Ich hätte gerne neun. Uh. Was war denn das? Was auch immer es war, es klang nicht sonderlich freundlich. Das ist leider XP-Farm und aus den Fässern kriegt man echt viel XP. Ja, vor allem kriegt man aus den Fässern das Schild. Echt? Mhm. Oh. Cool. Willst du mit mir gehen? Hast du geschossen? Was? Nein. Hab ich nicht. Oh, stimmt. Hä? Ich hab gedacht, ich regele erstmal, bevor du reagieren kannst. Okay. Warum auch nicht. Hab ich mich erschrocken. Über uns? Oder? Nee. Aus Nordosten irgendwie. Hä? Nee. Unter uns. Bist du da wie ein Beklopter rum? Ja, da war das doch Gegner. Lol. Jo, moin. Schild hat er nicht mehr. Oh. Was war denn das? Für ein Überfall. Das weiß ich auch noch nicht so genau, was das werden sollte. Versteh ich nicht. Wir sind auf jeden Fall weiter Richtung Mitte, Mitte, Mitte. Na dann, genau. Was ist er denn? Äh, Pistole. Wird's euch da mit? Alter, so weit komm ich nicht. Ey, das ist doch ein... NPC. Oh. Nein, was nicht. Ups. Entschuld. Oh Gott. Äh, links von uns war auch irgendwie was. Das ist doch ein... Clong Headshot. Okay. Irgendwo Südwestenbahn-Schuss. Was ist das? Oh ja. Nice. Danke. Uh. Holla. Hast du gepinget? Ja. Da war was? Was hast du? Du hast einen Gegner da hinten. Wo siehst du denn den Gegner? Voll. Er so ganz verträumt. Komm her. Hey. Oh, nicht mehr. Aber danke. Da hinten sind Gegner. Ja, sorry, ey. Ich hab ne epische Waffe gefunden. Die müsste ich mir gönnen. Benutze sie doch einfach mal. Oha. Wer war das denn Gegner? Da werden die mittlerweile nicht in der Burg verschwunden sind, dann weiß ich auch nicht. Oh no. Oh, bitte lass sie. Oh, die Burg wird echt das letzte sein, oder was? Befürchte, ja. Ach, belassen. Komm, wir unbeschadet runter. Ja. Ruhe. Nein, ich nicht. Hä? Was hast du denn gemacht? Ich bin da runtergesprungen. Ich hab gedacht, ich schaff's bis ins Wasser. Gott. Da in der Mitte ist ein Haus. Ich werd da mal rüber gehen. Guck, ob da Leben drinne liegt. Ja, warte. Heilen kann ich dich. Leih, sogar mit Schild? Nee, Schild kommt von deinem... Äh... Schild hast du gar nicht verloren. Au. Oh. Es müssten eigentlich noch zwei Teams sein. Was ist da los? Sind's bestimmt auch. Die hocken beide in der Burg wahrscheinlich. Nee, die bekriegen sich gerade. Ah. Die kämpfen gegen den Boss. Cool. Die holen sich den Boss und wir holen sie. Hä? Hier nicht. Nee, unten im Keller. Also irgendwie... Absolut verwirrt. Oh. Hä? Wie bist denn du da jetzt hochgekommen? Hier oben sind sie bei mir. Ja, geil. Ich komm da nicht hoch. Hä? Ich komm runter, verdammt. Ja, toll. Wieso kommst du da nicht hoch, Digger? Ach da. Loll. Oh, ich dachte, du bist hinter mir. Nein, war ich nicht. Einmal freundlich mit dem Raketenwärfer draufhalten. Aber du hast keinen, ne? Das ist schlecht. Eie. Das ist sehr schlecht. Das ist insane schlecht. Das war keine Granaten und nix, ne? Nee. Ja, gute Lieben. Ich würde sagen, das war mal eine entspannte Runde Fortnite. Und wir sehen uns in der nächsten Haut. Mach's gut. Ciao. Ciao.